Und erwischt, ja, war klar. Nur weil der Penner mir da in den Weg gefahren ist, ey. Scheiße. Code 4, Verdächtiger ist verhaftet. Und Verhaftung, Nomaden. Drei, glaub ich, jetzt. Die wir schon hinter uns warten. Und der Wagen schwebt da so in der Luft, das ist schon mal sehr nice. Ja, wir sind erwischt. Wir haben nicht einmal viel gemacht und sind direkt erwischt worden. Scheiße. Ja, dann fahren wir... Oh Mann. Voll der Fehler hier heute. Na, kommen wir direkt nochmal versuchen, weil die Hoffnung haben, dass da keine Cops auf uns warten. Anhand der Blacklist kannst du deinen Fortschritt verfolgen und sehen, wie du den nächsten Gehen herausfordern kannst. Ja. Wieder Fahndungslevel 4, das werden wir auch noch beibehalten. Also das wird jetzt erstmal nicht mehr so runtergesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich fahren muss. Ich weiß nur eins. Schön brav. Nichts rammen. Jetzt Gas geben. Aua, noch schnell genug gewesen. 284 kmh. Ja, Straßensperren, blablabla. Ähm, wie hätten wir den gezahlen müssen hier? 255. Ja, haben wir locker gereicht. Gereicht. Haben wir locker gereicht. Ähm, Central Rosewood. Warte, haben wir noch eine SMS gekriegt? Wollte schon sagen. Fertig hier. Ja, packen wir nicht. Verdammt. Das war ein bisschen doof, aber man kann es ja auch von der anderen Seite versuchen. Wenn dann nicht gerade wer die Polizei auf einem wartet. Zack. Geh in die Eisen, geh in die Eisen. Und nichts auf der Suche. Ein bisschen die Reifen durchdrehen lassen. Kommt immer gut. So, wir nehmen diesen Weg hier. Weil der ist doch um einiges praktischer. Geschah. Boah, und? Boah, 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 boah. Ach, geschafft. Glück gehabt. Kein Auto gerammt. So, und Meilenstein Nummer 4. Mit wie viel? 180. Na gut, ist der Kurvenreich hier alles? Ja. Hier lohnt es sich sogar, glaube ich, die Abkürzung zu nehmen, wie ich jetzt auslassen werde. So. Und so. Jetzt Gas geben. Und wir haben es noch geschafft. Mit 186. Genauso wie es die Radarfalle wollte. Jetzt haben wir zwar vier Meilensteine, uns aber fehlt eindeutig so ein bisschen und nur so ein kleines bisschen das Kopfgeld. Das werden wir uns jetzt aber mal ganz schnell holen. Zentrale 08. Mein Einsatzwagen wurde gerammt. Blablablablabla. Komm einfach mit mir. Genau. Einfach folgen auf der Autobahn hier. So. In die Kreisen gehen. Tschüss. Na komm. Na komm. Wow. Du kommst unerwartet aus dem Nichts. Das ist so cool. Ich bin neben dem Fahrzeug. Ich mach ihn fertig. Ah. Da ist schon der Nächster. Versuchen Sie mich auszubremsen die Säcke. Mach ein bisschen Platz. Ich rück hervor. Aber ey. Kennst du den hier schon? Müssen wir uns was anderes überlegen. Komm nicht vorbei. Ach. Sauhunde. Oh. Uh. Da ist der Nächster. Der richtige Fahrzeug gesichtet. Ich binître 3. Au Boah, wie viel Auf einmal wieder hinter mir sind Vor mir Die wollen es echt wissen Die wollen wieder kuscheln mit mir Die Hälfte kommt nicht klar Ha 1033, schickt sofort Einheiten hierher Boah, man kann hier schön durchsausen Und rausen Ich habe Bodeneinheiten für euch frei Sind unterwegs zu euch So, Nagelbänder auf beiden Seiten Ja Ich weiß doch schon längst Oh, ich sehe hier nur Polizeiwagen hinter mir Ist doch nicht wahr Nein, falls haben die keine Hobbys Verlocken, ich verfolge Ist doch egal Sind sie da? Ja, gut Alles andere wäre jetzt Sehr, sehr unpraktisch gewesen So Sprich Nagelbänder mäßig Er ist durch die Schlafenschwerre gefahren Da habe ich die Schrein gehabt jetzt Ich muss echt aufpassen Der Wagen ist noch immer fahrbereit Ja, aber ich glaube ich werde die Autobahn jetzt verlassen Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher Kurve Ich hasse diese Kurve Uah, LKW Aua Verdächtiger hat 10,42 10,42 Ich rücke vor Autounfall Ja, ich weiß Pässen haben wir negativ Uah, Rinos Wo kommen die denn her? Aus dem Nichts Meine Päse Boah, verdammte Axt Hallo Ja, ich habe mal eben geparkt Auf zwei, drei Polizeiautos Weil ich dachte Das sieht schön aus Verstanden, Code 4 Verdächtiger ist verhaftet Da haben die Penner mich wieder gekriegt So Fuck Wie war Alter Schawile Ich verliere noch das Auto dadurch Ja Jetzt habe ich mit Geld bezahlt Und habe mal direkt davon einkassiert Na gut Ich habe ja noch diese Abzeichen Also so ist es nicht Äh Und der nächste Versuch Oh Mann Ja Leute Das kann jetzt Kann jetzt ein bisschen dauern Leider Gottes Ich muss mal gucken Ob ich jetzt in die Zukunft schauen kann Weil durch diesen Hänger Werde ich wieder Legs haben Ja Und es geht direkt los Zentrale Echo 22 Nein, wir sind wieder Fahrnungsstube 1 Scheiße Nein, es geht zum Unfallort Leiten 10 87 ein Code 3 Naja, in gewisser Weise ist es auch gut Kommen Dadurch Wir brauchen Hilfe mit diesen Flüchtigen Dadurch kann ich wieder ein bisschen auf Zeit fahren Habe Bodeneinheiten für euch frei Sind unterwegs zu euch Er tritt voll auf die Bremse Seid vorsichtig Boah, fliege nicht an meinem Mund Überall nur nicht am Mund So Noch mal ein bisschen Sachbeschädigung machen hier Genau Sachbeschädigung Ich packe es auf mein Konto Warte, setze mich vor Ihnen Nein Verdammt Jetzt habe ich die Streifen verloren Verdächtiges Fahrzeug gerichtet Wow Ihr wolltet Ihr wart Ich brauche Verstärkung Ne, jetzt ist es jetzt so Einheiten, um das Gebiet abzuriegeln Hab ihn verloren Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden auf dem Bond Boulevard Bla, das interessiert mich nicht Ich muss jetzt hier auf die nächste Fahndungsstufe wiederkommen So ein Scheiß Das muss ich alles nochmal machen Na komm Kontrolle Delta 18 Melde mich 10-7 für Verkehrskontrolle Fahrzeugbeschreibung folgt Verdächtiger fährt einen silbernen Mazda Gefahrenes Tempo ist eindeutig zu hoch Äh, warte mal Unser Mazda ist Schwarz-Geld Schwarz-Geld Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs So, wieder ein bisschen Sachschaden hier machen So, zack Schön vorsichtig und langsam fahren, damit die Polizei auch hinterher kommt Versuche ihn langsam auszubrenzen Ja, versuch mal Ich brauche alle verfügbaren Einheiten und schiege sie mit Pro 3 Roger, 3-3 Ich habe Bodeneinheiten für euch frei Sind unterwegs zu euch Die Waage eskaliert Zentrale, könnt ihr eine Streifensperre fahren lassen 10-4, 3 Delta 18 Mehrere Kollegen haben sich auf die Anfrage gemeldet Bitte warten Bla, 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 bla Bla, 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 bla Der letzte Zootfall Wo ist jetzt hier die nächste Einheit? Da Okay, wir können wieder ein bisschen langgemacht fahren Ich habe gerade meine letzte Einheit verloren Charlie 15 Ich bin in einer Minute da Schön auf 140 halten, den Wagen 160 natürlich Wir hängen uns direkt hinten ran Ah, ich verliere an Geschwindigkeit Ah, ich verliere an Geschwindigkeit Okay, lass nur das Das bringt nie Ich versuche ihn einzuholen und mit 10-59 zu stoppen Gut, du kommst noch hinterher Wir haben ihn Wir haben ihn Ach, da ist noch ein zweiter Hallo mein Freund Schon mal was von der Hinterachse gehört? Husch Den hat's erwischt Zack Uah, Auto Nein, wir müssen ihn weiter unter Druck setzen Dann können die Ich kann auch Druck setzen Ha Trottel Zentrale, schick jeden Herder frei ist Wir brauchen jede verfügbare Hilfe Verstanden Zwei Echo 11 Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs Boah, das soll jetzt ewig von zwei auf drei Ich würde es freuen, wenn es schneller gehen würde Okay, ist es aus Zentrale, verdichte Leute seitlich gestreift Ich wusste nicht, dass da eine Schreife drunter ist Ich brauche mehr Verstärkung So macht man das Gebt ihm keine Chance zu entkommen Wer fährt weiter? Da ist die nächste Schreife hinüber Schreie 6 Äh, 10 23 über den Verfolgung Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren Alle aufgeschaltet Hier Hier ist keine Einheit mehr Außer mir Ich brauche Verstärkung Verstärkung ist unterwegs Und laut Statusmonitor nur noch ein paar Minuten weit weg Eventuell weniger Sehr gut, eine Minute, sonst gibt es eh wieder Verstärkung Jetzt sind wir bis da, Schreie 3 Wir hängen uns direkt dran Aha, du bist, ich bin zu schnell Ich bin zu schnell Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt Und alle Versorgereinheiten Wir haben eine Straßensperre Wie geil ist das denn? So, zack Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen Ähm, er will wohl nicht anhalten Ich glaube, wir starten eine 1075 Äh, wenn ich ihn überholen kann Na komm Ein bisschen langsamer jetzt fahren, damit der Wagen noch unterher kommt Sehr schön, tut er sogar So, und diesmal Hoffe ich einfach mal, dass da kein Wagen kommt Und ja, es hat funktioniert Nein, hat es nicht Scheiße Zentralo, der Verdächtige ist gerade abgehoben Wenn er so weitermacht, wird er crashen Na komm, fahren um Stufe 3 Ich wollte er zu Verdächtigen verloren Stand bei Da sind sie Hinter mir ist doch keiner Hallo So, fahren wir mal direkt zurück, wa Höra, zu dem Auto Hallo, auf was ratet der? Echo 8 Er bittet schnellstmöglich Lagebericht Kann kaum mithalten Code 6 Macht eine Menge Probleme Ich bin aber nur Code 3 745 Mal sehen, ob ich deinen Wagen stoppen kann Juhu Noch mehr Autos Wow 512 So viele geh ich noch einmal Da kommt schon der nächste So, folgt mir mal alle bitte Jetzt kommt mein Lieblingsteil Und zwar dieses hier Hab keinen Sichtkontakt mehr Versuch aufzuholen Er ist direkt vor dir Ich bin wieder dran Vergesst meine letzte Meldung Zack Die wissen halt nicht wohin Unterstützungseinheiten Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet In Fahrtrichtung Süden An der, äh, Fairmount Bowl vorbei Absperrung des Sektors Im Radius von 10 Meilen Ist durch die Einsatzleitung genehmigt Einsatz ist Kontrolle Code 6 Zielobjekt gefunden Nehme Verfolgung wieder aus Na komm Um